Halli hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aberration Parkdash.Jahoo Hey Na Woooo Woooo Die Geekle-Gang ist wieder für ein Geekle-Gang Brrrrraa Genau die ewigen Verdächtigen meine Freunde Da ist ein Zombie selber drüber, da kommen wir gleich drauf zurück Ja, 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 hi, hi, hi Hey ich bin dabei, ich bin dabei in der Folge, hallo Gigi Ja ich auch Ja Matsi Hallo Dizzy Ja Hey Dizzy ist auch dabei Hallo Ich glaube wir müssen erst mal was sagen Richtig Haut mal raus Was denn? Was denn? Was denn? Ähm, Freunde Vielen, vielen Dank für euren Support ohne Scheiß Ihr seid die geilste Freunde Die ganzen Likes nach oben Ähm, macht weiter so Haut auf den Like-Button rum, oder? Ja, weiter Oh, 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 sorry Wo ist der Grundverwäschung? Ähm, was? Äh, schuld Äh, schuld Äh, schuld Äh Ehrenmänner, Ehrenfrauen Ihr seid alles sexy Chilis, Freunde Äh, ich war gerade Zombie selber trufen Und der war gar nicht so schlechtes Level 728 oder so Den hätte ich vorher ganz gerne mitgenommen Ich höre mit denen Wo hast du den gesehen? Oh, da, 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 da Hier vorne, hier vorne Wo? Der ist direkt gefahren Okay, Vorsitz, rennen halt direkt in den Reihen am besten Äh Okay, ich hab auch einen Schuss drauf Oh, der ist auch, der ist auch Oh, wow, wow Der ist auch easy Ich hab nur noch zwei Stück, also ihr müsst ausgeben heute, okay? Die Golden Kibble gehen heute auf euch Auf meinen Necken, Alter Auf unseren Hauptsinn, der ist easy jetzt Der ist nie im Leben easy Nehm der nie um Hauptsache, der heißt easy Hä, warum bist denn jetzt so? Hä? Hm, das sieht doch kacke aus Hä, das sieht voll gut aus Ach, ihr erzählt doch alle wieder Der ist nämlich tausend Alle neunziebern Das ist gar nicht so schlecht Nice Einfach mit so einem Spontant Ja, aber wacht Es läuft jetzt auch unser Base Okay, der denkt sich halt so Durch die Tür gehen Das ist doch voll doof Ich nehm den einfach gleich mit Weil, was haben wir denn jetzt überhaupt vor? Ja, was wir vorhaben ist Wir gehen jetzt wieder auf Neblisterjagd Auf eine neue Neblisterjagd Nämlich waren die Pagnesian Nameless verpackt Und die sind alle diesmal Wir hatten die alle in unser Haus gebracht Die standen hier alle schön in der Ecke Und dann haben wir uns wieder eingeloggt Und dann waren die alle weg Und deshalb brauchen wir einfach neue Wir brauchen neue Nameless Also die wurden jetzt wohl komplett überarbeitet Die haben jetzt irgendwie einen neuen Spezialangriff Keine Ahnung, was das heißen soll Und ja, ich will die auf jeden Fall ausprobieren Die neuen Nameless Leute Ja? Hier sieht es einfach aus wie in einem fucking Zoo Was ist, woran hat es eigentlich gelegt? Junge Überall liegt auch Kaka Du kommst hier nirgends wohin Weil alles voller Viecher steht Ja Das ist gut so, ja Okay, das muss so, oder? Alter, hier bleibt mein Bulldog jetzt einfach auf dem Feier Der ist schon ganz schwarz geworden, ja Ja, ganz schwarz Die Braunschwein sind aber noch gut Und die sind dann noch, äh, die sind noch nicht durch Okay, okay Dann lass mal irgendwas nehmen, was wir reiten können Ja, Mann Obwohl ich glaube, ich habe einfach mein Pepperlein mit Oh ja, Feierlein, die haben wir Oh, ich liebe die Tiere Ah, das ist 2.000, oh ja, das ist 2.000 Oh ja, das ist 1.000, wofür die Pepperlein Da war was Äh, ich habe meins noch nicht umbenannt Ne, hab ich nicht Chat, 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 sag ich schon Leute, wenn ihr euch dafür seid, dass der Sabertub so nicht heißt Namesvorschläge, bitte an mich, Freunde Bah, bah Okay, okay, ja, machst du das wieder Jetzt spielst du wieder die Community-Karte, weißt du? Ja, schade Oh, wow Okay, dann fliegen wir jetzt ohne sie los, Dizzy, komm her Hey, ich bin doch bei Dizzy Ja, ja, tschüss Hey, ich seh dich doch Tschüss Ja, ja, willst du gleich nicht mehr? Ich seh dich immer noch Ich seh einen Matschi nicht Oh, hier ist ein Dodo weg Der ist blau, der ist mir schön, ne? Der ist echt hübsch Wir treffen uns an einem Wasserfall, ne? Welcher Wasserfall? Ah, welcher Wasserfall? Achso, ne Hallo, ihr Bims Oh, oh, okay Ihr Bims Ich wollte ein Fussel auf ne falsche Fährte locken Achso, ja, wir treffen uns an Wasserfall Oh Gott, ihr seid so unwitzel Hey, mach das nicht, Junge Weil ihr nicht so locket seid Hier ist schon Dameless Warte Oh, Junge, der ist einfach Was, du Teufel, jetzt? Seid ihr mir jetzt schon beschworen Seid ihr mir jetzt beschworen? Seid ihr mir jetzt beschworen? Seid ihr mir jetzt beschworen? Boah, das packt halt nur ein bisschen, ne? So, okay, hier bin ich Du bist da? Ja Ich logge nen Englis raus Ja, ich seh es Ich bin auch da Oh, der ist voll rot Und der hat schon Minions beschworen Der ist scharfe? Scharfe oder was? Der ist scharfe Kattewitz Der ist 532 Der ist sogar echt nicht schlecht Ah, lass mich in Ruhe, Boy Warte Oh nein, man kann von dem Fall mal eigentlich schießen Oh, du hast dich schon ausgelacht Sehr gut Ja, easy Die Schafe haben mich Alter, die scharfe sind richtig akkur auf dich, ey Die haben keinen Bock drauf Ja, okay Oh, 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 oh nein Das alte Schaf hat mich nicht angegriffen Ich geb dir so ein mit der Spitzhacke, Junge Oh, 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 oh Alter, jetzt killt er seine Minions Alter, der macht... Was macht denn 986 Schaden, oder was? Lol Das kann natürlich sein. Kann man die abbauen? Ja, aber die geben kein Hammelfleisch. Ich wollte auch sagen, die geben kein Hammelfleisch. Okay, Leute, ich geh rein mit der Rüstung, okay? Ich hab auch schon Rüstung. Ach so, die sollte man anziehen, ne? Du hast den neuen genannt? Nein. Voll der schöne Name für den Nameless. Danke, danke. Frau Fusel, haben die was dran auszusetzen? Ne, der ist wunderschön. Ich bin so kreativ heute. Das ist echt so. Das ist schon eine gute. Hallo, Mr. Blauer Nameless. Oh, hier ist noch Nameless. Der kommt schon auf die Zuckerrande. Der hat schon Schafe hinter sich. Oh Gott. Leg die Schafe auf. Schafe! Das ist halt so Panne, ne? Mit den Schafen. Oh mein Gott, die Schafe. Die kommen von überall. Junge, die Schaf-Minions sind einfach... Junge! Junge, ich peige euch alle tot. Wir müssten den mal passiv pfeifen. Ich hab grad alle verfrügelt. Das sind ja unsere Minions. Hä? Der Hitz, der Hitz für vollstierend. Wenn die Hitz für vollstierende. Wenn die Hitz für eine und welche sind unsere... Wir müssen das nicht mehr auf. Ich weiß gleich welche Autor man hier auf die Bedeutung. Ich hab grad, welche Autor man hier auf die Bedeutung. Also, ich hab grad, welche Autor man hier auf die Bedeutung. Allso, wer ist das auf die Bedeutung? Ich hab grad, welche Autor man hier auf die Bedeutung? Ja. Junge, das ist auch klebisch jetzt immer so schön. Okay. Oh, die Schafe, Junge! Wie, die Schafe umkippt, wenn man die Hand schießt. Gott, oh Gott, Alter, was ist denn los? Ich hab irgendwas geraucht, Schafe. Ist ja ziemlich belastend, oder? Schild doch mal, ey. Oh, easy. 400... 140. Die 140er lassen wir liegen. 400... Ja, den nehmen wir. Und da hinten hab ich auch noch einen liegen. Der ist 504 oder sowas. Ja, 504. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Nice. Ah, Komboi. Nee, die Zeit ist es eigentlich. Okay, wir sollten nicht so weiter hingehen, weil das ist nicht unbedingt die beste Zeit, um mal die Oberfläche zu gehen. Aber ich will zumindest noch kurz gucken, ob wir noch einen besseren finden. Eins noch? Eins noch. Oh, aber das gibt es, Richard Hartmann. Bibiibi. 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 Der Typ ist das richtig voll lang geheil. So, der ist 728 Leute. Oh, nice. Schaf. Tod. Schaf. Schaf. 812. 812. Noi. Nice. Nice. Nice greift gleich an. Ich schlieg da jetzt nicht rein. Okay, was passiert hier gerade? und erneuert von der Schafheit schafft er auch mal ab und erweiterung schiebt okay okay mehr aber wir haben ihn ein ein bisschen kürzer aufzugeben aber auch wirklich nicht aber müssen wir dann noch mal was vorhin gewinnt werden so das ist der Fall und davon ist noch einer warte also ich glaube ich habe jetzt der ist echt gut der ist auch schlecht 1217 wow easy geil alter geil 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 okay alle aufwander dann einmal und leg go Was ist mit dem hier? Der hier? Der ist 728. Warum nehmen wir den nicht mit? Der liegt hier schon. Hä? Warte. Warte. Warte, ich bin... Okay, den benutze ich beim letzten... Nee, ich wollte... Ja, okay. Ich kann ja noch die Hälfte von meinen droppen, Alter. Oh, das wäre voll ehrenvoll. Ja, so bin ich. Manchmal. Alter, du wüsstest, du bist einfach unglaublich. Danke. Danke, danke. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Komm, komm, wir nehmen die mit. Und ich will die unbedingt kämpfen lassen. Was kämpf ich da hinten? Echt? Schafe. Oh, ne, Vogel. Fuh. Oh nein, Fuh. Oh nein, Fuh. Fuh kämpft er. Fuh. Ich bin Fuh. Fuh, Fuh. Ich bin Fuh, Fuh. Komm, 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 komm. Der eine Grüne hat irgendwie nicht so Lust. Der steht mit dem Stein. Oh, doch, jetzt wer kommt. Ah, ja, ja. Er denkt sich... Ja, jetzt doch. Schade. Wo soll ich mein Vogel? Der steht doch nach vorne, oder? Ich hoffe es. Jungen, guck doch, die Davies haben wir ja wieder. Das war sogar hoffentlich ein bisschen nützlich. Und ein bisschen länger. Länger haltbarer wäre eine gute Sache auf jeden Fall. Länger haltbarer. Weil wir haben einfach die auch neu beendet und dann warst du auch schon wieder mit unseren Techniken. Der war dann einfach schon so weg. Schade. Das war dann schon geil, sehr cool. Kommt ihr mit, Nameless? Äh... Ey, der Grüne, der hat halt echt so leichte Schwierigkeiten. Ja, der ist so ein bisschen... Ja, grün im Gehirn. Er ist speziell. Lasst ihn. Ja, er hat halt so leichte Schwierigkeiten. Ja, der heißt speziell. Ach, er ist echt speziell? Ne, noch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Oh ja. So, alle übernahmen. Kommt her. Wir müssen kämpfen gegen was. Gegen was müssen wir kämpfen. Jetzt bin ich echt gespannt was die drauf haben. Gegen Diplo. Gegen Diplo. Diplo ist perfekt dafür. Ich find auch gut, dass die so schnell sind. Boah, die sind richtig schnell, Mann. Einen nehmen wir auf jeden Fall nicht mit zum Postman. Doch, mit den Schaden finde ich schon okay. Richtig okay. Oh, wir müssen mal gucken wieviel Schaden die jetzt machen. Na gut. Denk doch mal auf die WoW mit. Auf die WoW mit. Alles rauf da. Oh, wow. Oh, wow. Was zur Hölle? Oh, eine Rosetta. Da haben wir auch angehört. Was? Oh Gott, oh Gott, die kommt. Hast du die spawnen lassen oder haben die das automatisch gemacht? Die haben das von selber gemacht. Die haben das von selber gemacht. Lol. Ja, und die sind alle so drin. Der Olber. Die sind richtig drin. Und die Schafe auch, Alter. Wuuu. Le go, Alter. Gib die, gib die, gib die. Die sind ja richtig OP, Alter. Auf die Stehen, auf die Stehen, auf die Stehen. Der Dodo will auch noch mitmachen. Hau ab, Alter. Ja, Dodo denkt sich auch. Der kriegt jetzt auch gleich noch einen auf den Sack, ey. Aber der Dodo kann doch nicht so zu laufen. Guck mal, wie er sich mit denen anlegen will. Guck mal, der provoziert die voll. Guck mal, ey, was ist los? Guck mal, Leute. Okay, okay, okay. Na, Alter. Hast du gedacht, du scheiß Dodo? Oh Gott, die ganze Schafe. Wirklich nicht mit der Schafe. Chilli. Nameless Gang an, Alter. Ist echt so? Niemand sollte das tun, ey. Passt auf. Junge, jetzt sind die alle rot. Am Leuchten. Hatten wir nicht vorher mehr? Sind die stuck in den Schafen oder so? Das kann natürlich auch sein. Ah, okay. Auf jeden Fall, jetzt nameless viel, viel cooler als vorher. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall schon klar. Wenn sie jetzt noch da bleiben, Alter, dann ist alles gut. Ja, lästerer. Ey, Junge, man schickt die irgendwo drauf und die rastet direkt aus vor den ganzen Schafe, Alter. Warum sieht das bei dir auch so Panne aus, wenn du mit dem Vetterlad läufst? Oh. Oh, Junge, oh. Da haben wir uns noch was angelegt, ey. Okay, hör auf, Parazor. Nicht mitwischen, das ist unfair. Guck mal, ein E-Lappen-Brudi. Ey, du brauchst auch noch einen E-Lappen. Du brauchst ja auch noch einen E-Lappen. Ja, aber der ist glaube ich nicht so gut, oder? Ne, der ist 280 nur. Okay, der ist echt nicht so gut. Du bist für Null, Alter. Oh Junge, geschafft das, Team. Oh, guck dir mal das Vetter. Was ist das? Was ist das? Was ist das für Hände? Hä? Guck dir das Pferd an. Was ist das Pferd? Das Pferd sieht so krass aus. Tschüss Pferd. Wow, das Pferd sieht so krass aus. Oh mein Gott. Weißt du, was ist das Pferd? Ich würde sagen, Leute, wir machen hier erstmal einen Cut. Ja. Weil wir haben noch was anderes vor. Wir wollen nämlich noch Ravager finden, gute. Oh ja. Und die mit denen ein bisschen unterwegs gehen. Gemollete Ravager könnten mega lustig sein, hab ich mega Bock drauf. Seht ihr eigentlich, schickt ihr die immer wieder auf welche drauf? Nein. Hä? Warum rasten die jetzt von selber so aus? Ich glaube, die sind auch fassig. Keine Ahnung. Grundaggression ist das. Wir müssen erstmal chillen, Alter. Die kannst du nicht bändigen, die Grundaggression, Alter. Wie ist das bei uns immer? Junge, dann eben das chillt. So, auf jeden Fall will ich sagen, wir machen einen Cut und dann treffen wir uns wieder, wenn wir einen Ravager gefunden haben. Eins Kettchen, Alter. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder und wir haben unseren ersten Ravager gefunden, nicht wahr? Ja. Ja. Und der ist Level 812 und ich weiß nicht welcher das davon ist. Ja, ich wollte das sagen. Das ist der Pinke, der oben pink ist. Äh, ja. Der oben pink ist? Also der hier. Ah, da, ja. Ich seh ihn. Der, wo du drauf zufliegst, ja. Genau. Genau der. Jetzt müssen wir am besten irgendwie seine Kollegen wegprügeln und ich hab keine Ahnung. So, die Schlange ist schon mal weg. Ich hab mega Angst, den zu treffen. Der fliegt, der nimmt schon auf mich zu, der Kollege. So, ich hab den bei mir, glaub ich. Jetzt kurz nochmal abchecken. Oh nein, jetzt sind die alle bei euch. Alle bei euch, alle bei euch. Auffassen. Oh, oh, oh. Ich mach nichts. Ich hör nicht hören, Dizzy. Nein, nein. Das wärs jetzt. Ja, wenn wir jetzt... Ja, prügel, die war schon zu hören, wo ich eine rein habe und eine Stunde gesucht. Oh, oh, oh. Oh, wo sind... Wo seid ihn? Nice. Wo seid beide? Oh mein Gott, wo seid die beiden anderen? Wow. Ich dachte, du hättest ihn getötet. Nee, ich hab's aber auch kurz gedacht, wäre ich zu sagen. Der frisst seine Kollegen, oder was? Der hat auf dich zugestürmt. Ich dachte, das wär das echt... Ich hab... Den brauchen wir jetzt. Ich kann die tanken, ihr schießt. Okay. Liegt, 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 liegt. Oh, er liegt neu. Nice. Das war easy, okay. Ah, nice. Okay, unser erster Modded Ravager. Hallelöchen. Der wird 1217, Alter. Na, boi. Ja, beschweren kann man sich da so eher weniger, würde ich sagen. Ja, also beschweren würde ich mich da jetzt auch nicht unbedingt. Okay, so ein Scheinchen. Ab nach Hause mit dir. Zuhause, super beschweren. Okay, okay, stell raus nach. Ciao. Nice. Das ist unser erster schon mal. Sehr gut. Geil, Alter. Gucken wir mal ein bisschen weiter, dass wir vielleicht noch für euch beide auch noch, wo wir alle sind. Ja. Ja, ja. Da kommt, ey, da kommt ein Nameless. Pass auf, mit Schafen. Echt? Wow. Ja. Oh. Nameless Schafen. Wunderbar. Oh mein Gott, das ist halt so durch. Okay. Ja, Leute, wir gucken weiter und treffen uns dann wieder. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Genau. Und Frau Fussel hat eine richtig, richtig gute Entdeckung gemacht. Dabei, wo sie einfach nur Bier durch den Regen geflogen ist. Nämlich sind wir gerade in dem Cave, wo es das Artefakt gibt, was wir theoretisch eigentlich auch gleich mitnehmen könnten. Oh, ja. Ja. Tut mir leid, ich hab einfach keine Aure hier. Du hast dich nicht gewundert, dass die ganzen Dinos hier so rumstehen. Aber auf jeden Fall. Guck da. Ravenger. Und ich glaub, das ist ein Baby. Das ist ein Acht-Tor-Zoll-Wervenger. Ja, Mann. Und Fussel hat noch was gesehen. Da rechts. Da war es nämlich eigentlich ganz gehypt. Wo? Da. Der ganz alleine steht. Bei den Diabian. Glacial Diabian Level. Acht-Tor-Zoll. Oh. Ich würde damit nehmen beide mit. Ich wünsche, wir könnten von unserem Ding schießen, aber können wir nicht. Also müssen wir hier wohl... Ich wünsche, ich töte erstmal alles herum. Ach, das tu ich auch. Oh. 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 Okay, ich wüsste auch, dass das Survivalger nicht herkommt. Ja, deswegen. Und der Diabian Wolf. Was ist mit dem Diabian Wolf? Der Diabian Wolf ist schon einmal umgedreht. Aufpassen, die Diabian Wolfsbeifel kommen alle. Aufpassen, die Diabian Wolfsbeifel auch immer das ist. Nicht hauen. Ich weiß nicht, hat jemand schon die Diabian Wolf ausgelöscht? Ne. Ne, das steht auch noch. Aber irgendjemand hat ihm einen guten Schlag gegeben, auf jeden Fall. Das war ich. Okay. Maybe. Also maybe. Ich will es nicht so beschwören. Die beiden... Ne, ich hab... Hä, gar nicht, Alter. 812 steht noch hier. Ja, ja, der steht da noch. Aber der hatte gerade irgendwie 5000 Leben weg, so. Achso. Aber jetzt ist der wieder voll live, der hat schon wieder vergiert. Okay. So, dann die hier weg. Die hier weg. Die hier weg. 728 können wir killen, oder? Nehmen wir den auch mit. Was denn? 728 killen. Dann weg. Okay. Aber warte, hier ist einer unter mir. Welcher ist das? Der 812 ist unter mir. Dann hauen wir jetzt alles andere weg. Schön. Okay. Ah, jetzt... Ob man das Leben ist immer genau zwischen so einem blöden Kapitel und hat den Großen. Ja, egal. Die können wir ja vielleicht hängen. Das soll... Warte, welcher ist bei dir jetzt gerade? Der Aschorzäufer ist bei dir. Nimm den ein bisschen weg hier. Bei mir? Also ich kann dir alle töten. Ja, bei dir. Der ist direkt hinter dir. Das ist der Aschorzäufer. Nimm den ein bisschen weg. Dann können wir hier unten einfach ausrotten. So. Komm, Alter. Ja. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die Kollegen hier noch weg. Warum sind die eigentlich Overs... Ach, Overs Minions sind das. Okay. So. Oh, Leute. Ich hab grad so viel Fleisch abgebaut. Harvest Lake of Doom. Sorry. Ich weiß nicht mal woher. Hä? Sind das die Schafe gewesen? Das kann sein, ja. Ich hab über 20.000 Fleisch. Über 23.000. Oh Gott. Mein Inventar lädt auch gerade wie blöd. Alter. Was geht, Alter. Junge. Okay. Geil, Alter. Okay. Alter, Leute. 35.000 Fleisch hab ich da gerade bekommen. 35.000. Hallo, wir müssen nie wieder Fleisch holen. Weißt du was? Gönn dir, Alter. Gönn dir, Alter. Wollte ich auch. Und dann dachte ich, nehm ich mir jetzt auch einfach mit. Und den Skorpion, den krügel ich mal eben jetzt nicht weg, weil ich den irgendwie nicht getroffen hab. Äh, der kommt. Der Wolf kommt, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Der Wolf kommt. Nee, nee, der ist noch bei dir. Nee, der ist unter dir. Der ist unter dir, Alter. Hä? Der ist unter dir, Alter. Hä? Weil wir stehen doch da hinten. LOL. LOL. Der lag. Weil wir war voll der lag. Scheiße. Okay. Ja, jetzt ist der hier. Sehr gut. Äh, jetzt müssen wir hier noch den anderen Ravenger wegkugeln, oder haben wir es, ne? Hallo, Ipims, ein Tanky. Ich weiß nur nicht, ob ich mir das zutraue. Okay, oh, 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 oh. Ja, komm weg, komm weg. Du bist so dumm, Ravenger. Wo ist der? Okay, dann. Äh, Wolf? Was machst du da? Was machst du da? Ich glaub wir haben's, oder? Was hat der Wolf da? Ja, der, der beißt mich. Ich tank den ein bisschen. Junge! Junge! Junge, du bist gleich so gezähmt. Alter. Du hast den Ravenger dann? Äh, ich glaube, ja. Ja, hab ich. Okay, dann jetzt den Wolf. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, du musst dir weiter tanken. Okay, tanken, tanken, tanken. Okay, ich tanken. Okay, ich tanken. Okay. Nein, wir sind feier, weil wir sind fast tot, weil ich am Leben geleitet habe. Oh, 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 nein, ich, ich. Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Warte, warte, warte. Egal, ist doch nicht schlimm. Machi, überleben wir. Nein, ich sterbe vielleicht. Ist doch nicht schlimm, Ben. Hältst du im Teleporter? Ja, ich will aber nicht sterben. Ja, heule, ich ist total. Ah, easy, Alter, easy. Ja, frag Dizzy doch einfach. Frag mich einfach. Oh mein Gott, Alter, ich war so geslowt. Ich konnte nichts machen, Alter, das war zu krass. Da ist das Baby uns. Wuhuuu. Miau, miau. Und hier, hier ist der Ravenger. Da frag ich, ah, das ist echt ein Heranwachsender. Ah, ist ja okay, der muss halt nur noch auswachsen. Das geht ja wohl noch. Ah, ich müsste so, ja, easy. Hier. Das sieht echt sick aus, ne? Easy, oh mein Gott, ich liebe diese Glacier. Wow, ja, deshalb hab ich gesagt, wir gehen gleich mit den Kollegen. Der ist vor Fuse auch glücklich. So, dann schicken wir die zwei Kollegen mal nach Hause, ne? Ach, den habt ihr auch schon drin. Oh, okay. Tschüss. Tschüss. Ja, den können wir sogar imprinten. Nice. Okay, Leute, wir gucken noch weiter. Einen Ravenger brauchen wir noch. Sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Vielleicht finden wir ihn ja hier. Bis gleich. So, Freunde, wir haben den dritten Ravenger gefunden. Oder eine dritte. Ich bin 184, Mann. Aber, easy. Leider kein 800er, aber... Aber, easy. Wir haben jetzt nicht alle ein 800er, aber so. Aber, 84 ist auch sehr gut. Wir haben jetzt schon mal aufgeräumt, Freunde. Und er ist da. Wie ihr seht, hier liegen noch ein paar Leichen rum. Und, ja. Machi hat ihn schon betäubt. Ja, ein Schuss, Mann. Easy, easy. Das war echt relativ easy. Und hier war grad noch ein Babybeer. Ich hätte euch den so gerne gezeigt, der war so süß. Ich will den Babybeer sehen. Ah, der Babybeer ist irgendwie weggerannt. Oh, Mann. Warte. Der alte Babybeer wäre nicht weggerannt. Aber wir können die auch noch ein bisschen einfärmen, weil manche sehen, glaube ich, ein bisschen kackig. Ja, das ist wahr. Die Ravengers? Manche. Glaube ich. Die sind noch gar nicht mal so hübsch, die Du. Die sind richtig hässlich. Kommt alle zusammen. Wir gehen zurück. Kommt her. Okay. Wo ist ein Kreis? Zuhause ist es doch am schönsten. Zuhause ist es doch am schönsten. Und, let's go. Juhuuu. Machi sitzt immer so... Oh, nee. Jetzt ist Dizzy gewesen. Wow, was war denn Dizzy und Machis Gesichter? Ich hab Machis in der Kopf gesehen und Dizzy´s Gesicht. Das war pp. Leute. Okay. Weil wir lebt's gerade noch. Juhuuu. Oh, jetzt wird's da. Juhuuu. Ich auch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nice. Der ist auch gut angekommen. Einer sieht ja mega da aus. Oh, oh, oh. Junge, ja klar fliegt jetzt Wasser. Verdammte Rüstung wieder aus, weil ich hasse es. Oh, ja. Ja. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Da hast du recht. Oh. Unser Wolf ist ja noch ausgewachsen. Hier, Kuschel. Seine Wege müssen wir hier erstmal. Den müssen wir halt noch abwarten, den Kollegen. Aber seit ich habe schon mal drei Stück. Ich habe einen guten Diabier-Blueprint sogar gefunden. Echt? Ja, unterwegs hier. Ich habe einen mit, ähm, dem Diabier-Wolf-Zettel. Ich habe vorhin so einen Job gefunden, genau. Der hat, ähm, 233. Hat das für jetzt 200? Ich glaube, ich habe das voll auf Damage schon geskillt. Nee. Ich mache mir mal einen Ordner da rein. Oh. Ich eigentlich würde sagen, Leute, wir müssen noch einen Cut machen. Ja. Die Kollegen hier müssen wir noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, bis der raus ist. Ja. Ja. Okay. Dann treffen wir uns gleich wieder und dann machen wir einen kleinen Ausritt mit dem, mit dem Ravager. Bis gleich. Tschüüüüüüü. So, Freunde, wir sind wieder da, und wir haben die Ravager schon reingeforben. Ja, die haben uns an der Drache angepasst, eigentlich alle so viel. Ja. Ah, der war zu meinem Drache, wapp. Ja, ich hör's dir mal runterstellen, so ein bisschen. Ich würde kurz sagen. Sollte aus der Kransicht draus gehen, so. So. Vielleicht, da kannst du vielleicht auch ein bisschen rein. Oh mein Gott, ich pass auch zu ihm. Achso, du wolltest dich da vorstellen. Oh, das wird ja nicht passend auch fest. Ich bin einfach mit der Fever... Alter, wir sind eine Gang. Mr. Plastic, Pinky und Avenger. Alter, wir sind alle. Bei dir sieht das halt richtig krass aus, aber bei mir passt es halt auch richtig gut. Ja. Bei mir sieht es auch richtig sick aus. Ich muss noch meine Rüstung anpassen. Alter, bei dir sieht das halt auch krass aus, Lucy. What the fuck, Alter. Ey, oh mein Gott, wir haben alle voll die Farben, wie ich's mal. Also die, das sind aber alle spezielle Farben. Finde ich cool. Nein, 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 nein. Finde ich auch cool. Und ich würde sagen, die gehen mir ein bisschen level, die Boots, weil ich will wissen, wie viel Schaden die machen. Ich auch, auf jeden Fall. Aber erst mal, ich will wissen, wie viel Startschaden der Kollege immer. Wir müssen noch irgendwas fressen. Ja, davon ist schon das erste Anfang. Eigentlich müsste meiner sogar tatsächlich ein bisschen mehr Schaden machen als eure, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil der imprinted ist. Ja, ist so. 1400 auf meiner. 1161. Komm her, du Pferde. Äh, nee, Pferde darf ich nicht töten. Doch, doch. Nein. Äh, Pferde darf ich nicht töten. Äh, Pferde darf ich nicht töten. Du machst 800? Achso, du hast einen Mateboost gerade, Leute. Ah, ja, still. Ah, ja, der Mateboost. Ah, ja, der Mateboost hat's gelegen. Oh, wow, okay. Äh, wo wollen wir lag? Lass mal hier lag, oder? Wo in Richtung Fluss, da ist immer richtig Party. Ich mach 793. Okay, warte. So, ich mach mal 34 Level Damage und dann geht's weiter hier. Oh, wollen wir gehen? Nee, Primal Camp. Oh, wohl gekämpft gegen den Camp, glaube ich. Nee. Weil wir haben richtig gute Selle. Wir haben 3 und 5 auf die Armour-Selle, ne? Okay, warte, ich hab erst mal noch Damage auf. Okay, Desi, der hat schon mit einem Trike zu kämpfen. Hä? Ja, ich hab noch nicht ges... Junge! Warum stirbt der nicht? Schade. So. Und du streckst dich schon für den Camp, oder was? Ja. Okay, seid ihr bereit? Nein. Oh, der läuft auch nicht zu, Desi. Du kriegst ja eine. Oh? Oh, ja. Lass mich in Ruhe, Junge! Alter, ich mach 11.000. Was zur Hölle? Ich mach 11.000 Schaden schon. Ja, easy. Wer werden wir sich uns stellen, hä? Nein, ich hab... Alter, ich hab ausversehenden Movements Peak geskillt. Nein, und das ist richtig viel, oder was? Na, 722. Hahaha. Nein. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Warte. Oh nein, der ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie, Desi. Wie, Desi. Wie, wie. Okay, bisschen unruziert mach ich auch, aber... So viel. Ich hatte eben 300 Buttstich, das war saugut. Guck mal, wir müssen dir die Mr. Fister mal zeigen, da oben ist er. Ja, Desi, du kennst Mr. Fister noch gar nicht. Nein, Patsache. Da oben ist der Mod-Macher. Aber der ist da hinten auch noch mal. Folge mir. Ja, stimmt. Hier lang. Mr. Fister? Eure, wie viel Schaden mach ich? Eure, 57.000. Was? Das ist richtig klar, dass es uns Revenger macht. Junge. Guck, hier vorne ist Mr. Fister. Oh ja. Hey Mr. Fister. Na, das sexy. Oh, 533er. Was? Ich krieg den goldenen Kittel im Po. Aber ich hab keinen. Aber doch, ich hab wohl einen. Ich lüge. Ich möchte den Revenger austauschen, bitte. Nein. Vom Austausch ausgeschlossen. Oh. Oh. Was ist das von mir? Jetzt hatte ich fast den Chris einen Trike gekillt, man. Der hat auch seinen Schaden verhindert an. Das kann den nicht töten. Hey, was sagst du? Was sagst du? Das gleiche Alu, Alter. Weg mit dir. Oh, da oben ist ein Drache, Alter. Ich hätte voll Lust gehen, den Drachen zu kämpfen. Ah, wie soll ich da rankommen? Soll ich den anschieben? Das wird nicht gut gehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war schon gemacht, nein. Mit dem Griffen war es schon. Nein. Das war nicht so toll. Okay, komm, wir laufen weiter. Die, wir laufen weiter. Okay. Denkt ihr, wie kommen wir an die Oberfläche irgendwie? Ne, aber es ist noch nicht die Zeit, um zu gehen. Ach so, ah ja, ne. Oh, 8 Uhr morgens. Ah, ah, ah. Ich wollte gerade sagen. Schade. Ich wollte gerade Dizzy fragen, ob er hinterher kommt, aber ich glaube, er ist der, der wenigstensprobleme hat. Ja, Junge, ja, 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 ich lasse euch nichts übrig, Leute. Ich lasse euch nichts übrig, Leute. Ich bin nur am allerlangsamsten. Ah, ne, ich hab drei von, was sag ich jetzt, 300 irgendwas. Ne, ich hab 92, 92, 92. Ja, 290, wo fällt es sich gut an? Ja, ich bin so, ich hab mich voll verklebt. Du bist dann relativ fix unterwegs, bist du auf jeden Fall, das weiß ich. Scheiße. Ne, den Dodowax würde ich kämpfen. Ist ja nicht irgendwo der Dodowax gewesen. Können wir uns dann aber noch mit dem Bild hier mehr leveln? Okay. Ach, okay. Ach, okay. Ach, ich bin schon den ganzen Level. Ich hau schon alles kaputt, was ich sehe. Ja, ich auch. Ach, ich auch. Aber... Der Dodowax, der war hier irgendwo, oder? Ja, der war vor... Ah, der war doch so schön. Verreckrate. Ja, das stimmt schon. Wir können die auch schön einfärben, also das ist nicht so ganz das Problem. Hä? Willst du damit sagen, unsere sind nicht schön? Hä? Ich werd mein Traum ab. Sie, komm mal zurück. Hier ist ein... Hier ist ein... Äh. Ich hab ein Brain... Lech. Brain Wolf. Ich will ihn nicht alleine töten. Ich hab ihn alleine weggeknechtet, tatsächlich. Okay, dann probier ich's auch mal. Probier mal. Das klappt. Das klappt. Ah, ich seh's. Also, der ist echt... Der ist echt stark, Mann. Okay. Ja, der ist... Okay. Okay. Damage-mäßig bin ich jetzt gleich komplett ausgelevelt. Ja, ich auch. Hier ist eigentlich Karl-Heinz-Boy. Der ist, äh... Dem geht's sexy. Alles gut. Schön. Freut mich. Oh, jetzt waren wir neben mir, weil der ist echt... Oh, Junge. Oh mein Gott, der hat auch so viel Gewicht, Alter. Gibt's meinen Web für die Dinos, Alter? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja mein Problem. Äh, es gibt halt nicht ja Speed-Anzüge. Damit kannst du die runterregeln. Oh, Gott sei Dank. Das muss ich unbedingt machen. Oh, die braucht Dizzy. Stimmt. Es gibt irgendwie so 50% weniger Move-in-Speed-Anzüge. Oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, den braucht Dizzy sowas von. Ja, ich weiß. Ich hab's schon gesehen. Da steht sein Name draußen. Oh, 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 da ist... Für Dizzy. Ähm... Also, Junge. Meiner ist okay. Meiner macht 50.000 Schaden. 50.000 oder was? Ja. Junge. Ich bin bereit. Aber wo ist der Dota-Race? Das finde ich ja nicht. Ich finde euch nicht. Das ist mein größtes Problem. Ah, da hinten sind Damage-Zahlen. Ab euch. Ja, wir sind einfach 50. Ja, alles. Hi! Hi, na? Oh, da ist ein E-Lappen. 560, nein das ist okay. Hahaha. przyj! Ja? Wo bist du? Äh... Ich bin... Jetzt bei uns. Ich wollte kurz sagen, ich komme jetzt auch hier zu uns. Lassen. Oh, der Drache. Guck mal, der Drache ist wieder hinten. Was, wir machen einen Drachen fertig? Nee, Spaß. Nein, machen wir. Warte, wo ist der Drache? Der sah voll schön aus, der war so weiß. Ich hab ihn nicht gesehen, tatsächlich. Echt nicht, schade. Ich bin bei der Base übrigens. Das sind wir nicht. Oh, Mr. Magic? Also, stelle ich gerade, ihr seid bei der Base. Nein, wir sind hier durch die Gegend gegangen. Ich wollte mich einfach zu euch. Ja, genau. Finde ich überhaupt total ungewohnt, dass man das einfach so an kann. Das ist echt, ich steck da auch nicht dran, ne? Nee, na. Hey, na, was geht Team? Na? Hey, na. Hast du Dodo weg schon wieder gesehen? Nö, aber hier war gerade ein richtig geiler weißer Drache, der sah richtig gut aus. Ah. Wo ist der hier? Der Käpt'n? Irgendwie sind die komplette Dodo-Serk mit euch, ey. Ihr habt einfach weggeklatscht, Mann. Ah, piss dich, Affe. Das macht voll Spaß, ey. Das konnten wir eigentlich den ganzen Tag machen. Ja, und. Das war so mit Ravager. Das sehen wir schon. Oh, Junge, der Bull talk sieht richtig cool aus. Auch 140. Der hat sich meinen Farben angepasst, der Boy. Ja, hat er von selber gemacht. Ich würd fast sagen, Leute. Das war's für die Folge, oder? Ja, wir sind leider keinen richtigen Gegner mehr. Ja, wir sind einfach zu stark. Ich würd' aber auch rennen, wenn ich uns sehen würde, ey. Es sieht einfach so mies aus, ey. Wuhu. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, wenn wir uns sehr gut fühlen, wertvoll sind. Ja, Mann. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder der nächsten Video irgendwas wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und tschüss. Tschüssi. Macht's gut, Freunde. Chili Gang. Chili Gang. Brrrr. 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 Haut rein.